Nachher bis zum Zeitpunkt. 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 Das ist jetzt ganz ein bisschen gelaufen. Das ist so. Wenn man sich die Reaktion aufmacht und sagt, ich kann das schon. Ich kann das schon. Wir können auch raussehen. Heute ist mein Geburtstag. Normalerweise, ich will gerne 66 drehen. Darüber, ich brauche nicht mehr Zeit. So lange noch warten bis da. Und dann, heute, ich bin sehr glücklich. Besonders mit euch zusammen umarmen. Dankeschön, Herr Gechter. Lassen Sie für mich und für diesen eine richtig, eine riesige Partie meiner 60-jährigen Geburtstag mit euch zusammen. Und dann, ich weiß nicht, was sollen die richtig machen, aber diese, dass ich richtig Spezialist von Vietnam, wenn man richtig eine fechst. Ja, und darum, normalerweise kann man auf dem Tisch kreieren, wenn man hier die Asmosphäre will sondern richtig. Aber vielleicht einmal bei uns. Und dann, vielen Dank für alles. Und wirklich, mein Herz, heute bloß. Bis meine Gesicht lang rot wie Pallon. Und dann, danke schön und guten Appetit. Ja. Und dann, danke.